Wenn man sich ein bisschen für den A321 interessiert oder von mir aus auch für die gesamte A320 Familie, dann wird das in letzter Zeit alles ein bisschen komplizierter. Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren. Es gibt natürlich den ganz normalen A321, dazu gibt es den A321neo und Airbus legt zur Zeit eine ganze Menge Wert darauf, dass auch jeder mitbekommt, dass es jetzt auch den A321LR gibt. Der wurde ja jetzt außerdem schon zum ersten Mal ausgeliefert und dann wird es nebenbei aber wieder um Begrifflichkeiten wie A322 oder A321 Plus ein bisschen ruhiger. Aber gleichzeitig wird es wieder konkreter, wenn es um den A321XLR geht. Ja, ihr merkt schon, alles ziemlich kompliziert und da reden wir jetzt mal ein bisschen genauer drüber und hoffen, dass wir das alles mal ein bisschen sortieren können. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Der A321 in seiner ganz normalen Version, in seiner klassischen Version kann man ja mittlerweile oder darf man mittlerweile sagen, der sammelte gut 1800 Bestellungen ein. Ist damit ein recht ordentlicher Erfolg für Airbus. Man hat mittlerweile knapp 1700 davon ausgeliefert und dazu gesellt sich dann der A321neo, also die neuere, modernere Variante des A321 mit den überarbeiteten Triebwerken von CFM oder Pratt & Whitney mit knapp 2000 Bestellungen. Davon wurden aber erst gut 80 Stück ausgeliefert. Die Geschwindigkeit bei den Auslieferungen des neuen Flugzeugtypen wird man bei Airbus jedoch so schnell wie möglich noch ganz ordentlich anziehen. Denn die meisten Kunden, die sich überhaupt für den A321neo entschieden haben, die brauchen das Flugzeug lieber jetzt als gleich. Und da sorgen die aktuellen Triebwerksprobleme und die dadurch entstandenen Verzögerungen beim europäischen Flugzeughersteller natürlich dafür, dass man die Wunschvorstellung gerade nicht so richtig erfüllen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube aber, der A321 ist vor allem deswegen besonders interessant, weil er schon seit Jahren das beschreibt, was mit der A320-Familie so möglich ist. Er steht symbolisch für das Potenzial, das in dieser mittlerweile ja auch schon knapp 30 Jahre alten Standard-Rumpf-Flugzeugfamilie von Airbus steckt. Und die aktuelle Technik, die macht es jetzt möglich, dieses Potenzial Stück für Stück immer weiter auszuschöpfen und es dann in den nächsten Jahren in wirklich marktreifer Form den Airlines dann auch anbieten zu können. Der erste große Schritt war dabei natürlich die Weiterentwicklung vom ganz normalen A321 zum A321neo, also mit den New Engine Options, welche dafür sorgten, dass der A321, der bei vielen Fluggesellschaften an die Grenze getrieben wurde, gerade im Hinblick auf die Reichweite von gut 5000 Kilometern, da konnte jetzt der A321neo die entsprechend gewünschten Reserven schaffen. So biete dieser A321neo jetzt an dieser Stelle 6850 Kilometer. Von Airbus ist das so angegeben, mit bis zu 15% effizienterer Nutzung im Vergleich zum vorherigen A321. Und das ist ja schon mal ein ganz ordentliches Wort. Tja, und damit kratzt der A321 nun auch am sogenannten Middle of the Market, am 757 Territorium. Und damit wird es jetzt überhaupt erstmal richtig interessant. Dieser Flugzeugtyp, der A321neo, entwickelt sich langsam aber sicher zu einem Konkurrenten der 757 und dadurch, bedingt durch die neuen Triebwerke, dass es einfach ein Flugzeug aus einer neuen Generation ist, auch zu einem möglichen Nachfolger des Flugzeuges von Boeing. Und das hatte man, glaube ich, lange Zeit gar nicht so wirklich auf dem Zettel, dass der A321 dazu fähig ist. Aber genau das macht es dann ja jetzt aus heutiger Sicht umso spannender. Aber am Ende des Tages bleibt der A321 im Vergleich zu 757 natürlich schlicht und einfach das kleinere Flugzeug. Die erste ganz offensichtliche Möglichkeit, da jetzt in diesem Markt vernünftig vorzudringen, ist also, man verlängert den A321 noch einmal. Daher kamen dann auch Begriffe wie der A322, der wohl möglich gewesen wäre oder der A321 Plus oder was auch immer. Man würde den Rumpf des Fliegers noch einmal minimal verlängern, müsste sich darum kümmern, dass das Flugzeug beim Start schwerer sein kann als der eigentliche A321 und könnte dann damit zusätzliche Sitzplätze und auch zusätzlichen Sprit anbieten, um weiter in diesem Markt vorzudringen. Aber das klingt sehr aufwendig und sehr teuer und allein aus diesen Gründen rutscht diese ganze Idee mit dem A322 oder A321 Plus oder wie auch immer direkt mal in die zweite Reihe. Also, bevor man das Flugzeug jetzt noch einmal verlängert, nutzt man das Potenzial, welches der schon vorhandene 44,5 Meter lange A321 bieten kann, erst einmal richtig aus. Nur mal so zum Vergleich, die 757 200 ist 47,30 Meter lang. Das kann man sich so ein bisschen als Richtwert merken. Das ist das, wo man mit dem A321 hin möchte. Deswegen, ihr merkt schon, diese Differenz ist gar nicht so groß und aus dem Grund ist ja auch der Weg oder die Möglichkeit eines nochmals verlängerten A321 gar nicht so fernab der Realität. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, die 757 200 bietet Platz für bis zu 239 Passagiere. In den A321 passen 220 Passagiere, also auch diese Zahl kann man mal wieder als Richtwert nehmen. Ist irgendwie so ein bisschen so, als würden wir gerade über das Erwachsenwerden eines Flugzeuges sprechen. So kommt mir das vor. So, wenn das Ding groß ist, dann möchte es mal die bessere 757 werden. Naja, ist ja auch egal. Diese bessere Raumnutzung findet man bei Airbus unter dem Oberbegriff der Cabin Flex Option. Das ist tatsächlich eine Option, die man beim Kauf des A321 dazu wählen kann, welche auf dem Weg zum A321LR, also zur Long Range Variante dieses Flugzeugs entwickelt wurde, die sich aber so gut natürlich auch für alle anderen A321 nutzen lässt. Und so wurde tatsächlich der erste A321 mit Cabin Flex Option als A321neo an türkische Airlines übergeben. Und das ist auch schon ein paar Monate her. Bei dieser Option verschwindet beim A321 ein Erkennungsmerkmal, nämlich die Tür vor den Tragflächen. Denn ihr müsst euch vorstellen, das, was man von außen nur als ganz normale Tür sieht, das ist innen drin natürlich freier Platz. Da stehen selbstverständlich keine Sitze, weil da muss man ja im Notfall ein- und aussteigen können. Und diese Tür fällt jetzt also weg und wird ersetzt durch vier Notfenster, zwei auf jeder Seite über den Tragflächen. So wie man das zum Beispiel vom A320 oder auch, wenn man das dazu gebucht hat, beim A319 kennt. Tjo. Und die gab es ja vorher beim A321 nicht. Dazu verschiebt sich die dritte Tür des Fliegers, obwohl jetzt ist es ja die zweite Tür. Naja, auf jeden Fall die Tür hinter den Tragflächen, die verschiebt sich jetzt ein Stück. Und dann noch eine ganz wichtige Sache, ganz toll für die Passagiere, die Toiletten. Die wandern in die Bordküche des Fliegers. Und ganz ehrlich, diese Option ist schon wirklich, wirklich ein großer Kompromiss, den man da eingehen muss. Für die Passagiere wird es zwar nur richtig, in Anführungszeichen, blöd, wenn die Fluggesellschaft, die den A321 mit dieser Option kauft, dann den dazugewonnenen Platz auch wirklich mit Sitzreihen vollstopft und ausnutzt. Aber das sorgt dann zum Beispiel dafür, dass neben dem Fakt, dass man für den Toilettengang immer durch die Küche stapfen muss, dann haben auch die letzten beiden Sitzreihen keine Fenster mehr. Und das ist echt ein bisschen schade. Das also nur mal so dazugesagt, denkt da mal drüber nach, wenn ihr in den nächsten Jahren, wenn dann wirklich einige A321 mit dieser Option unterwegs sind, wenn ihr dann Flugzeug oder einen Flug bucht, dass ihr dann, wenn ihr die Möglichkeit habt, Sitzplätze zu reservieren, dass ihr dann vielleicht nicht die in den letzten beiden Sitzreihen nehmt. Weil die sind, glaube ich, echt ziemlich blöd. Aber gut, das sorgt natürlich dafür, dass man mehr nutzbaren Platz im Flieger hat und den kann man mit Sitzreihen vollstellen. Und das sorgt wiederum dafür, dass man jetzt 244 Sitzplätze in einen A321 reinpacken kann. Und ihr erinnert euch an die Zahl der 757-200, 239 Sitzplätze. Das ist der Wert, wo wir eigentlich hinwollten. Den hat man also minimal sogar überschritten. Jetzt muss das Flugzeug, um wirklich eine ernstzunehmende Konkurrenz zur 757 werden zu können, nur noch weiter fliegen können. Und das schafft man, indem man in diesem Flieger mehr Sprit packt. Und damit sind wir jetzt endgültig beim A321LR bei der Long Range Version des A321 angekommen. Zu dem Reichweitenvorteil, den der A321 Neo durch seine neueren, moderneren Triebwerke generieren kann im Vergleich zum normalen A321, addiert sich jetzt nochmal der Reichweitenvorteil, der dadurch entsteht, dass man schlicht und einfach 3400 Liter ungefähr Kerosin mehr mitnimmt. Die maximale Treibstoffkapazität des Fliegers erhöht sich damit von knapp 29.500 Litern beim normalen A321 Neo auf knapp 32.900 Liter beim A321 Neo LR. Tja, das geht einher mit einer Steigerung des maximalen Abfluggewichtes. So kann der normale A321 auch als Neo 93,5 Tonnen beim Start wiegen. Der neue A321 Long Range kann bis zu 97 Tonnen schwer sein. So eine Steigerung muss natürlich immer die Struktur des Fliegers mitmachen. Das müssen die Bauteile des Flugzeuges mitmachen, aber vor allem auch die Triebwerke. Aber laut Airbus Aussage geht da noch ein bisschen was. Und damit ist auch diese Reichweite von 7400 Kilometern, maximaler Reichweite bei einem A321 LR, das ist wohl noch nicht die Obergrenze. Das ist auf jeden Fall ausreichend, um, wenn man denn unbedingt möchte, von Europa aus an die Ostküste der USA zu fliegen. Mehr wäre aber schön, denn es würde entsprechende Reserven schaffen und mehr wäre dann auch interessant für zum Beispiel Lufthansa. Fluggesellschaften halten sich natürlich immer so ein bisschen zurück, wenn es um Spekulationen zu möglichen neuen Flugzeugtypen geht. Das ist natürlich auch total nachvollziehbar, aber es ist ein offenes Geheimnis, dass ein A321 in egal welcher Version, der wirklich dann ein 757 Nachfolger sein kann und gleichzeitig um die 25% effizienter zu betreiben ist, dass der für viele Fluggesellschaften den Eintritt in einen noch recht neuen Markt bedeuten kann, und zwar in den Markt der günstigen Langstreckenflüge mit einem Standard-Rumflugzeug. Und das ist eben auch für eine Lufthansa interessant. Es muss für eine Lufthansa interessant sein. Bereits im Sommer sagte der Chef der Lufthansa, Carsten Spohr, in einem Interview, dass man mehr Reichweite von einem A321 LR verlange und sich aber natürlich alles, was es so auf dem Markt an verfügbaren Flugzeugen gibt, auch anguckt. Und damit ist ja auch ein A321XLR mit inbegriffen, also eine nochmals erweiterte Version. Was dort hinter den Kulissen zwischen dem Flugzeugbauer Airbus und einer Lufthansa, aber natürlich auch zwischen dem Flugzeugbauer und anderen Fluggesellschaften an Gesprächen geführt wird, das können wir jetzt an dieser Stelle nur vermuten. Das wissen wir nicht genau, aber es ist ja recht offensichtlich, dass die Möglichkeit oder die Berechtigung für einen A321 mit nochmals verlängerter Reichweite, dass die durchaus besteht. Jetzt aber nicht ganz so schnell. Wir müssen erst noch dazu sagen, dass man mittlerweile ja den ersten A321 in der Long-Range-Version ausgeliefert hat. Erstkunde sollte ja eigentlich Primärer Air werden, aber diese Fluggesellschaft musste sich ja vom Markt zurückziehen, beziehungsweise sie ist nicht mehr da. Und damit ist der neue Erstkunde jetzt Arqia aus Israel. Die haben den ersten A321LR übernommen mit 220 Sitzplätzen an Bord. Und das ist noch ganz wichtig dazu zu sagen, das habe ich eben vergessen. Wenn man dieses Flugzeug nicht in der von Airbus vorgeschlagenen Konfiguration mit 206 Sitzplätzen bestellt, dann verringert sich die Reichweite. Das bedeutet, dieser A321LR, der jetzt bei Arqia in Israel ist, der kann nur knapp 6200 Kilometer weit fliegen und schafft eben nicht die von Airbus angegebenen 7400 Kilometer. Das vielleicht nochmal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wenn man die Frage beantworten möchte, warum ein A321LR in dieser Form so für die Lufthansa vielleicht nicht so interessant ist. Vielleicht, weil er schlicht und einfach nicht die nötige Reserve bietet, die Lufthansa brauchen würde, wenn sie einen A321 in der für sie perfekten Konfiguration von Deutschland aus zum Beispiel in die USA schicken möchte. Also, dort in Israel ist nun der erste A321 Long Range zu Hause und bei der Auslieferung legte Airbus einige mögliche Eckdaten, einige interessante Eckdaten zum neuen möglichen A321XLR auf den Tisch. Dabei zeigte man sich ziemlich zuversichtlich, den Weg der weiteren Leistungssteigerung geht man jetzt beim A321 mit der Erhöhung, mit der weiteren Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes. Bedeutet, ganz blöd gesagt, man sorgt dafür, dass man irgendwie mehr Raum in diesem Flugzeug mit Sprit füllen kann. Inwiefern das den möglichen Gepäckraum des A321 einschränkt, schwer zu sagen. Ein schwererer A321 ist aber wohl nicht das Problem. Man müsste da wohl nur einige Kleinigkeiten am Fahrwerk verändern, ein bisschen was an der Struktur verändern. Das ist aber wohl nicht der Rede wert, das kriegt man alles wohl ohne große Kosten und ohne viel Zeit zu verbrauchen hin. Dabei wird man dann aber wohl die Marke von mehr als 100 Tonnen maximalen Abfluggewicht überschreiten. Und das ist auch hier wieder vergleichbar mit dem Weg, den man mit der Boeing 757 gegangen ist. Die wiegt als ganz normale 757 200, maximal beim Start knapp 99.700 Kilo, glaube ich. Und dann ist man halt eben diesen Weg der Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes dort auch gegangen. Hat einfach mehr Raum im Flieger mit Sprit gefüllt. Dort bei Boeing alles nur ein bisschen extremer, denn in der 757 steckte zu dieser Zeit noch echt eine ganze Menge Potenzial. Und das Flugzeug hatte eine ganze Menge Leistungsreserven, die man dafür verbraten konnte. Und so konnte eine 757 200 als Extended Range Version, die kann dann aber wirklich fast 9.500 Kilometer weit fliegen, die wog dann beim Start maximal 115 Tonnen. Und diese Erhöhung des maximalen Abfluggewichts, das war eigentlich alles Sprit. So möchte man das dann also beim möglichen A321XLR also auch machen. Und dann wären bei diesem Flugzeug womöglich, ich sag's gerne nochmal dazu, das ist alles noch nicht fest, bis zu 8.700 Kilometer möglich. Also nochmal gut 1.300 Kilometer Reichweite mehr als im Vergleich zum A321LR. Naja, so und das ist vielleicht die für Lufthansa so wichtige Reserve oder Erweiterung. Und damit haben wir jetzt glaube ich echt mal ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Und so alle möglichen Versionen des A321, die mit ihren möglichen Begriffen gerade durch die Gegend schwirren, mal ein bisschen versucht zu erklären. Und es könnte ziemlich interessant werden, was da bei Airbus noch gemacht wird, was da dann noch als Flugzeug am Ende des Tages rauskommt. Und wenn die das mit dem A321XLR wirklich so machen, mit diesen Eckdaten, dann wird das eine sehr interessante Sache. Und Airbus wäre auf jeden Fall früher dran als Boeing mit ihrer Boeing 797. Und das könnte dem europäischen Flugzeugbauer durchaus einen großen Vorteil verschaffen. Tja, und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich bin wie immer gespannt auf eure Kommentare. Aber gut, dann geht heute noch ein großes Dankeschön raus an Caballo. Ich hoffe, dein Name wird so ausgesprochen. Ich dachte, das heißt auf Deutsch einfach Pferd. Aber gut, vielen lieben Dank für deine Unterstützung auf Patreon. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.